Ja, okay, kann weitergehen. Kann weitergehen? Kann weitergehen. Geht weiter. Hallo, es geht weiter. Da sind wir wieder. Weiter geht's. So, die letzte Folge war entspannt. Wir haben ein paar Mieter zu uns geholt und heute machen wir mal ein bisschen Action. Ein bisschen Action. Action, 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 Action. Ups. Ja gut, ich gehe mal auf mein Schiff und wir gehen in dieses Labor. In dieses gruselige Labor. Gehen wir in dieses gruselige Labor? Ja, gehen wir. Habe ich jetzt so entschieden. Ich bin ja hier eh, ähm, hier, ähm, wo ist es denn? Ach, jetzt gerade nicht. Hier oben, da. Ich bin ja eh hier, Lieder. So, äh, okay. Was bist du? Lieder. Ein Lieder. Ein Lieder. Ich singe jeden Tag Lieder. Lalalalalala. Äh, äh, altes Apex-Labor. So habe ich es, glaube ich, bitte. Was ist die, was altes Apex-Labor? Apex-Labor. Apex sind ja die Affen. So, ich bin da. Kannst kommen. Okay, einen Moment, einen Moment, bitte. Bitte, einen Moment, einen Moment. Eine, einen Moment, bitte, einen Moment. Was ist das? Jetzt überventiliert sie. Jetzt muss ich sie gleich retten. Mit einem Zungenkuss, was? So. Ach, krass. So, ähm. Was, was denn? Was ist er bisher? Cool. Für Vodo. Ja. Kleine Wurm muss sterben. Okay. Hier sind jetzt Mutanten, oder was? Weiß ich nicht. Wir müssen abwärts, denke ich mal. Oh, Allah, Lava-Lampe. Take it. Ey, ich hatte, früher hatte ich so eine, ne? Ich hatte ja tatsächlich, ich wollte ja mal eine, ich hatte aber noch nie eine Lava-Lampe. Ich hatte diese, kennst du diese, diese Kugeln mit diesen Blitzen drin, wo du die Hand drauf tust, wenn du? Ja, ja, ja. So was, so was hatte ich. Davon hatte ich. Und Schwarzlichtlampen und so. Wegen 90er. In den 90ern war das so, da hatte man überall Schwarzlichtlampen, überall. Überall. So. Ja, hier draußen ist ja jetzt nicht so viel Action. Ich würde sagen, wir gehen mal runter. Do not enter, steht da. Sollen wir trotzdem runter? Ui. Abwärts finde ich es immer gruselig. Das mag ich immer nicht. Quatsch. Oh, hier ist eine Truhe. Aber, okay. Na, nicht spannendes drin. Eine rostige Truhe. Okay. Oh Gott, oh Gott. Wer weiß, was uns hier ist. Das ist irgendwie gruselig hier unten. Oh, da ist ein Viech. Iiii, guck, da ist so einer. Iiii. Iiii. Guck mal, wie der aussieht. Der ist ja eklig. Oh. Hey, da kommt man ja gar nicht rein. Musst du, glaub ich, aufbauen. Hier ist eine Truhe. Ah, ist eine Tech-Karte drin. Kannst du haben. Kannst du haben. Na, die Dame hat ja schon alles, ne? Ach, die grüne Lampe hier ist cool. Wie nehm ich mit? Geil, lass also dich drin. Nimm mal du das. Was denn? Wo? Da, ja. Das hier? Fuck you. Oh. Au. Ey, stirb doch. Wie? Ja. Nee, es ist gruselig hier unten. Du magst noch gruseliges, aber ich... Guck mal, da unten ist voll rot. Ich seh nix. Ich hab... Achso, du bist ja nicht so weit. Schöne. Ja, dann müssen wir da hin. Aber da ging's doch runter, ne? Ja, warte, aber hier geht's doch hoch. Hier oben ist noch was. Aber nichts Spannendes, glaub ich. Achso. Bomben, nimm ich. Au. Ich find die Türen ganz cool. Okay. Das ist nämlich auch mit. Das ist bisschen... Und das auch. Doof. Ach, da geht's nicht los. Okay. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Gruselig hier unten. Hey, da ist alles zu. Mit dem Klares. Muss man aufbauen. Keine Ahnung. Das macht doch gar keinen Sinn. Oh. Hier, Upgrade-Modul. Ja. Flaggender Fernseher. Alles klar. Oh, ich sollte mal die Waffe nehmen. Dann kann ich auch schlagen. Hier geht's irgendwie nicht weiter anscheinend. Geld und so. Nichts. Okay, müssen wir zurück. Nichts für dich. Alter, da gibt's Stacheldraht. Der ist natürlich cool. Damit kann man schön das zu Hause dekorieren. Zu Weihnachten mit Stacheldraht. Hier unten, da geht's aber nicht. Hier unten geht's weiter, glaub ich. Ja, ja, ich komm. Da war nur so ein... Katzengespenst. Katzengespenst. Okay, das hier scheint Gift zu sein. Vorsicht. Oh, Vorsicht. Super Team. Warte. Ist es... Mein Schuss giftig? High five. Das ist giftig, ja. Sieht man doch. So grün. Ja. Hey, guck mal, da ist auch ein Affe drin. Ich befreie dich nicht. Lass dir das rein. Da ist schon wieder so ein Vieh. Oh. Hey. Hau ab. Gehirn im Glas. Cool. Oh, die sind auch cool, die Dinger. So, bin ich mit. Der stirbt da, ja. Gut, stirbt. Oh, was ist denn das? Oh, hier geht's noch tiefer runter. Eine Tarnkappe. Okay. Zeig mal. Zieh mal an. Ähm. Sieht aus wie so ein Jäger. Ida, unten ist noch so ein Mutant. Das macht meine schöne Frisur kaputt. Da haben wir nichts Interessantes drin. Und hier. Ein Schrankes. Gruselig hier unten. Da ist auch noch Licht. Irgendwie links. Hä? Die sind gesteuert. Das machen bestimmt die Dinger hier. Das ist ja cool. Mal mitnehmen. Eee. Was stimmt denn mit denen nicht? Was stimmt denn mit denen nicht? Oh, oh, oh. Das sieht nach Falle aus hier. Guck mal. Ich will den Fernseher. Das sieht nach einer Falle aus. Da oben. Guck mal, da ist Gift drin. Siehst du das? Ah, okay. Hier passiert aber nichts. Jetzt. Oh. Oh. Das ist ja brutal. Cool. Brutal. Ich bin mal fast tot. Okay, die machen jetzt nicht so viel. Irgendwie sind die gar nicht so. Ich habe mir die viel. Ah, was ist das denn? Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Oh, hier sind noch mehr. Oh, da gehen wir gleich rein. Ach, hier ist so ein... Was? So ein... Eine Tore. Operiere mich. Geht das an? Operiere mich. Nee, geht nicht an. Ich habe starke Kopfschmerzen. Weil ich ein Bohrer im Kopf war. Ach, hier ist noch so ein Ding. Guck mal. Da hattest du ja letztens gefragt, was das ist. Das haben wir ja beide. Komm mal hier zur Tore. Was da drin ist. Dieses hier, weißt du noch? Da wussten wir ja nicht, was das ist. Weißt du, was das ist? Was das? Das ist ein Wurfgegenstand. Also so wie so ein Bumerang. Habe ich rausgefunden. Okay. Das möchte ich jetzt sehen. Do it. Das ist wie so ein Jojo oder so, ne? Nicht mit. Okay. Tu es cool. Ach, hier unten ist auch Gift drunter. Okay. Links geht es weiter. Da ist ein großer Kich. Nimmst du das gar nicht mit? Ich nehme das mit, das Ding. Was? Das hier. Den Operationsstuhl. Ja, klar. Was ist da? Die Pfeile sind ja gut. Der ist ja unter Wasser. Ja, ich treffe ihn. Das ist ein Schiff jetzt voll ausgerüstet. Äh, nee, aber ich habe genug. Nimm das mal ruhig. Ich habe echt viele. Ich habe mir das Pfeile besorgt. Ich habe mir das Pfeile besorgt. Ich habe die aber auch für dich noch. Also wenn du noch welche brauchst. Ne, wir wollen das Spiel ja zusammen weiterspielen und so. Gehen wir schon durch hier. Ich glaube schon, ne? Das war es anscheinend. Ich habe mir irgendwie jetzt gedacht, es ist mehr Action. Was sind das hier eigentlich für Dinger hier? Kann man ja mal mitnehmen, ne? Mal ein bisschen abbauen, ein bisschen lernen hier. Die Gegenstände, die Wände und so. Ja, aber irgendwie habe ich nichts gelernt, komm mal. Ach, guck mal hier. Spiegel. Das hatte ich schon mal. Komm mal her. Das hier. Mach das mal ab da. Spiegelblock. Ja. Cool. Ah, ah, ah. Das war knapp. Ich finde die Lampen hier gut. Holy moose. Einfach so burn, total hipster. Burn. Burn. Hipster burn. Ja, okay. Ich habe mir hier von mehr versprochen. So mit den Mutanten und so. Irgendwie. Ich gehe mitnehmen, ne? Lebenserhaltungskapsel. Schauen wir mal. Guck mal, da ist ja noch was. Oh. Ein Safe. Okay, soll man jetzt noch zu dem Ozeanplaneten? So einen Fall kann man auch immer noch nehmen. Ja, kann man machen. Ein bisschen rumfliegen. Mal woanders hinfliegen. Ja. Na, dann machen wir das doch mal. Achso, hier geht's überall. Waren wir da unten? Links? Ja. Die Türen stehen offen. Ja. Da oben haben wir auch. Hier so ein Doonat Enter kann auch nicht schaden. So. Oh, das sind hier Wolfram. Wolfram Dinger, ne? Ja, Wolfram Plattform. Ja, äh, ja gut. Ja, dann zum Ozeanplaneten. Auf, auf. Achso, ich muss ja erst mal raus wieder. Dann kann ich ja nicht auf mein Schiff. Oh, ja, ich nehme das auch mit. Oh, guck mal hier. Der Zaun ist auch gut. Den baue ich auch mal ab. Ja, Zaun. Zaun, Zaun. Hier, den, den. Achso. Und meine Flagge nenne ich wieder mit. Aber den kannst du mitnehmen. Den kann man, ja. Das ist, oh, ich möchte ich gerade hier. Nee, das wollte man nicht. Ja, wo bist du hin? Weg. 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 Muss mal wieder hier ein bisschen. Ich habe gedacht, das wäre spannender da unten drin. Naja, war doch, also unspannend war es jetzt auch nicht. Dann fliege ich mal mit meinem Schiff zu einem Ozeanplaneten, oder? Ja, mach mal, dann komme ich sofort. Eine Spritze voll blauer Flüssigkeit, sie gibt dir Sprungkraft. Achso. Habe ich auch. Muss ich mal mitnehmen, dass ich nicht immer so doof rumspringe. So, jetzt muss ich aber mal eben gucken, zu welchem Sternensystem wir müssen. Weil das sind alles Gentle Stars. Ich glaube, wir müssen Snowy. Was ist das? Warte, was steht da? Zack. Quest Folgen. Hier, Ocean. Temperate Star. Nochmal Ocean. Hier ist auch Ocean. Zu welchem fliege ich denn jetzt? Steht da gar nicht. Savanna. Ich nehme den mal. Jump. Nimm ihn. Nimm ihn. Halle im Haul. Ach, ich bin mir da so komische Gegenstände. Ich fliege gerade in ein anderes Sternensystem. Ach, guck mal, irgendwann nicht verkaufen. Diese Fackeln. Ich brauche doch kein Mensch. Kein Schwein. Ah, so sieht das aus. Ah. Geras. Ah, hier ist auch Snowy. Hier ist Snow-Dingens. Snowy. Snowy. Wo ist ein Ocean? Ach, da. Das ist Ocean? Ja. Bin ich mal gespannt. Müssen wir auf jeden Fall unsere App-Dinger aufziehen, ne? Nicht vergessen. Unsere App-Dinger? Hä? Ist das Ocean? Ja. Aber das ist trotzdem Land. Naja, ist ja egal. Risky. Oh, das ist, äh... Der Planet ist, ähm... Ja. Schwieriger als die, die wir bisher hatten. Steht Risky bei. Okay. Hast du gehört? Die App. Das App musst du mitnehmen. Das Atem-App-Ding. Wo habe ich denn das drin? Da. Atembare Atmosphäre. Habe ich zwar... Oh, ich habe auch so eine Spritze. Grüne Spritze. Eine Spritze voll grüner Flüssigkeit gibt dir Geschwindigkeit. Geil. Ich habe voll viele Spritzen hier schon. Ja? Okay. Alles klar. Gut. Weil du das sagst. Ciao. So, ähm... Ich werde mal hier noch ein paar Sachen los und dann... Können wir gerne... Aufbrechen. Äh, was wollte ich... Ne. Ich wollte hier... Was hast du da? Was hast du für ein Buch? Ein Buch. Was denn für ein Buch? Ein Buch! Ein Buch! Das ist ein Buch! Klickst du jetzt einfach mit dem Buch, äh... Damit kann man lesen! Okay. Was sind das? Das steht auch drin! Ach, ich habe ja hier den ganzen Shit dabei. Warte mal, den muss ich loswerden. Das habe ich bestimmt schon. Krass. Kratz! Kratz! Guck nicht... Guck nicht... Guck nicht in die ganzen Truhen, bitte. Ist es hier geil? Und du bist irgendwie... Der DHL-Konkurrent, oder? Ja. Weil die, äh... Ja. Guck nicht in die ganzen Truhen. Wie werde ich das denn jetzt hier einfach los? Oh, jetzt muss ich alles einzeln wegpacken. Ach, warte, ich mach mir einfach eine neue Truhe. Eine goldene Lampe. Hör auf, da rein zu gucken! Kann ich daran reiben? Nimm die, kannst du haben. Das schenke ich dir. Will die nicht. Kann ich... Kann ich an die reiben? An mir reiben? Hau ab! Kann ich an dir reiben? Nee, hau ab! Hau ab! Hau ab! Warte mal, ich sag meinen Kollegen, die sollen nicht abschießen. Wo ist der Pinguin? Der macht dich kalt. Hau ab! So, ich bin jetzt... Hau ab, ich bin beschäftigt. Ach, ich hab hier noch was für dich. Was voll gut zu dir passt, hab ich extra hergestellt. Hau ab! So, hier, warte. Du perversling. Hier, hab ich... Passt zu dir, finde ich. Was ist das? Oh, hab ich gegessen. Matschiger Sack. Ja, das war... Das ist eine Delikatesse. Das ist eine Hildutel-Delikatesse. Matschiger Sack. Ja? Ich fand, das passt zu dir. Danke. Sehr lieblich. Warte, ich räume eben den Shit... Kann ich das nicht irgendwie... Gibt's da für nicht ein Kürzel, wie man das... Bestimmt, ne? Wie man das einfach direkt alles da reinhaut. Muss man... Okay, gibt's bestimmt. Kann man mir nicht erklären. Gibt's bestimmt. Gibt's bestimmt. So. Ja gut. Wollen wir mal abwärts? Ja. Ach, sind wir schon... So, ich muss jetzt aber wieder umrüsten. Weil es nur Deko... Weil es nur Deko... Jetzt... Dann geht's abwärts. Achso. Alles klar. Ja. Achso, bist du schon unter? Dann gehe ich auch mal runter. Cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Echt? Ach, ja, aber die kann man... Kriegt man bestimmt nicht. Auf jeden Fall sind wir hier auf einer Insel gelandet. Ich bin mal gespannt. Oh, da kommt schon der Ozean. Okay. Krass. Ich hab Angst vor sowas. Ich will das eigentlich gar nicht machen. Wir müssen. Wenn ich Minecraft spiele und da abwärts gehe, das ist ja immer so dunkel. Und da sind ja diese... Alle sind die Quallen. Da hab ich immer Angst vor. Oh, Mann. Ich mach das total ungern. Ich kann mit den Quallen fischen. Oh, das ist so gruselig. Oh, das geht so tief, ey. Ich krieg Schnappatmung. Ich sag's dir. Oh, Gott. Ich fühl mich nicht wohl. Ich fühl mich nicht wohl hier. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich krieg echt Schnappatmung. Oh, das gefällt mir nicht. Oh, die greifen uns an. Oh, endlich. Oh, Gott. Oh, guck mal hier. Geil. Was sind das denn für Korallen? Ja, war aus abgesehen hier. Kann man hier irgendwie... Ach, die leuchten auch. Lass die mal an. Teilweise sonst. Voll komisch. Oh, ist das gruselig hier. Das ist doch cool. Ich kann sowas nicht spielen. Weil ich immer panisch. Was ist das? Ein Baum. Ach, das sind Algen. Geil. Gelernt, wie man Reiskuchen herstellt. Ja, 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 ja. Damit kann man auch Sushi herstellen. Geil. Ach, was? Algen, 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 Algen. Oh, hier wird es dunkel. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich will da nicht hin. Das ist mir echt zu gruselig. Das gefällt mir hier unten überhaupt nicht. Gelernt, wie man Reiskuchen herstellt. Wollen wir mal links rum? Statt, äh, rechts rum? Statt links rum? Können wir machen? Ja, ist mir lieber. Komm, wir gehen so rum. Oh, Mann, das ist mal noch so langsam, ne? Ja, ja, stimmt schon. Kann ich hier auch Feuer machen? Boah. Wann, hör mal. Boah, wie das aussieht. Wie so ein Böller, den man unter Wasser zündet. Kennst du das? Ja, genau. Habe ich nie gemacht. Nee, hat niemand von uns gemacht. Niemand macht das. Und vor allem habe ich nie einen Böller in den Gullideggel reingestellt. Nee, habe ich auch nie gemacht. Nein, macht man auch nicht. Macht man auch nicht. Das soll man auch nicht machen. Das ist nicht gut für die Kanalisation und für die Tiere und keine Ahnung. Und vor allem die, die da unten wohnen, ne? Ja, genau. Die Groomies, oder wie sie heißen. Groomies? Wie heißt das denn auch? Ich weiß nicht mehr. Es gibt doch dieses Handy. Wieso? Oh, guck mal hier. Das sieht nach... Das sieht interessant aus. Ja. Wir haben... Eldorado. Nee, Atlantis haben wir gefunden. Atlantis. Was ist das? Lodge Overgrown. Wo ist das? Das ist so dunkel hier. Rebschottenzahm. Salsasalat. Hä? Was? Und Diffsaft. Kann ich jetzt herstellen. Da gab es irgendwie so eine Pflanze, die konnte man ernten. Okay. Weißt du noch, wie die aussah? Ja, die war so ein bisschen... So ein bisschen bollig. Hey, mach nicht dunkel hier. Ein bollig? Ja, die war so... Oh, ein Fisch. Wenn ich eine finde... Ein bollig, meinst du? Oder was? Was? Bollig. Das war ein Bolle. Bolle? Was ist das? Ein bolle? Hä? Was ist das? Ein bollen. Also ein dickes Ding. Eine Beule? Nein, ein bollen. Ich kenn das nicht. Ist das irgendwas, was man bei euch sagt und nicht bei uns? Da oben kommt ein Gegner, da oben kommt ein Gegner. Feuer, 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 geht nicht. Scheiße. Feuer geht nicht. Also ich muss eine andere Waffe nehmen. Vorsicht, hier ist Risky, ne? Das ist ein bisschen... Risky? Ja. Risky ist mein zweiter Vorname. Ich muss mal eben die Lampe hier irgendwie umschichten, umlegen, dass ich ne Lampe hab. Das ist mir wirklich gruselig hier. Gruselig. Oh, wo geht's denn hier hin? Du bist wieder so weit. Warte auf mich, ich hab Angst hier unten. Ich ertrinke. Ich bin doch kein Hylut. Wo geht's denn da runter? Ne, nirgends. Da ist einfach nur Sackgase. Okay. Sackgase? Sackgase. 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 Hä, ich find so ne Pflanze nicht mehr. Toll. Kevin, toll. Oh, guck mal. Achso, das bist du. Ich dachte grad, dass... Ich würde grad sagen, da sitzt einer. Ey, ich wollte mich grad neben dich setzen, so ein bisschen chillen. Nein, ja, nein, hier wird nicht gechillt. Warum nicht? Ist ja auf ne wichtigen Mission. Oh, ich hab's Licht ausgemacht. Irgendwie... Oh, ich erstick hier. Ja, ich werd ja sterben. Auf dem Meeresgrund. Dankeschön für die Algen. Vielen Dank. Nein, meins, meins, meins. Geht's denn da? Da geht's auch runter? Ah, ist nichts drin. Okay. Hör, warte mal. Okay. Ist irgendwie im Hintergrund. Jetzt hab ich mich langsam dran gewöhnt. Ja. Ich glaub, da ist eine. Warte mal. Nee, doch nicht. Ach, guck mal, da ist was. Da, ja. Nimm mal das. Ach, Schlingkoralle. Die hab ich irgendwie schon mal irgendwo herbekommen. Ich glaub, gekauft von nem Händler. Nee, das war das nicht. Das war das nicht. Oh, wenn ich dir jetzt einfach stehe. Oh, hier, hier. Guck mal. Was denn? Ja. Oh. Oh, Vorsicht, Gegner. Vorsicht. Oder? Bist du gut? Nee. Nee. Das ist voll komisch, wenn das so dumpf ist. Ja. Ja, dann mal abwärts, ne? Boah, Alter. Wie sind wir hin, ey? Alter, 100 Pixel? Gott. Da ist noch ne Pflanze. Ah, warte. Hier. Ja, ja, ich komm. Ich komm, ich komm. Warte. Beulich? Die sieht eher aus wie irgendein Geschlechtsorgan. Bolle. Bolle. Was? Wie ein Geschlechtsorgan. Oh, Titan. Echt? Ja, Titan. Oh, wir brauchen unbedingt Titan. Da können wir unsere Sachen upgraden. Kommst du mit hier runter? Bitte. Ja, ich komm von der anderen Seite. Ich hab Angst allein. Ach, hier war die Dame schon. Ah ja, okay. Gegner. Oh, bei mir auch. Scheiße. Oh, ich bin fast tot. Ups. Ja, pass mal auf. Warte mal, ich hau mir das hier auch noch rein. So. Okay, aber hier sind gar keine Einwohner mehr, ne? Ne, es gibt wohl auch Hilottel, die unter Wasser leben, aber... Nochmal Titan. Gold. Ich will auch Titan. Ich will auch Titan. Oh, Klamotten. Klamotten sind besser als Titan. Was? Alles klar. Ich seh voll süß aus mit meinem Schwanz, wenn ich so schwimme. Was? Siehst du auch süß aus mit deinem Schwanz, wenn du so schwimmst? Ja, klar. Geht's da unten noch weiter? Ja, klar. Ne, da war ich aber doch schon. Also nicht da in der Ecke, sondern hier so. Ach, hier geht's abwärts wieder. Abwärts. Guck mal, das ist ein Krebs. Wo? Oh Gott, oh Gott, Gegner, Gegner, Gegner. Achso, das geht gar nicht. Das geht erst, wenn ich stehe, ist ja doof. Oh, die Lampe ist cool. Die will ich haben. Oh, ne, mit? Mach ich. Was ist das hier? Hier ist eine Tür? Eine Tür unter Wasser, macht sehr viel Sinn. Oh, jetzt fließt der... Okay, jetzt fließt der Wasser rein. Oh, geil. Das nehme ich alles mit. Die sind auch cool. Oh, nein, zumachen. Okay. Ich brauche noch einen Moment, ich bin gleich bei dir. Geht's da weiter? Äh, ja, ja, denke. Geh mal nicht so schnell voraus. Nein. Lass uns zusammenschwimmen. Komm, wir schwimmen zusammen, Baby. Oh, je. Da ist ein Fisch, ich muss ihn töten. Töte ihn. Ich glaube, das war's jetzt. Ach, nee, hier geht's noch weiter. Ach so, jetzt haben wir... Hier geht's noch weiter. Hier geht's noch weiter. Mist, ich hab gar nicht geguckt, ob man was scannen kann. Ach so. Ja, wir sind ja noch nicht in der Stadt. Ah, kannst du sagen, ja. Seid ein Titan. Titan bin ich gern. Oh! Warum krieg ich kein Titan? Verdammt. Ich bin auch Titan. Kann man das hier nicht irgendwo abbauen? Jetzt bestimmen die irgendwo. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich glaube, so ein bisschen... Nein, der frisst, wie tief geht denn das? Wie tief geht denn das? Oh, hier ist eine Truhe. Eine Truhe. Upgrade-Modul. Wie Titan? Nee, Upgrade-Modul. Warum krieg ich keinen Titan? Oh, fuck. Oh, ich hab Titan, ich hab Titan, ich hab Titan. Ja, Titan-Erz. Nochmal. Geil. Ach so, ich komm zu dir. Warte, ich bin jetzt hier irgendwo. Oh, was ist das denn geil? Geiles. Nimm ich mit. Oh, das hätt ich bestimmt... Das hätt ich bestimmt scannen können. Ach nee, doch nicht. Dann hättet ihr jetzt schon was gesagt. Was ist das denn geil? Was ist das denn geil? Was ist das denn geil? Ich hab noch ein Mikro. Kannst du ja haben. Nee, ich hab auch eins. Danke. Du kannst verkaufen. Verkauf. Oh, was ist das? Also hier rechts geht es nicht weiter. Alter. Titan. Ich hab auch Titan jetzt. Zwar nicht viel, aber... Es verletzt, dass man... Kann man aber das mit einem 20 Schaden? Oh, geil. Ja, wir sind ja auf einem Risky-Planet, also... Aber das ist nicht so geil. Aber... Ach, hier ist auch Ende. Okay. Hier ist Ende. Ende, Gründe. Haben wir jetzt durch, oder? Ich glaube. Aber das ist ja hier... Das sind ja nicht... Keine Hülottel. Das ist ja keine Hülottel-Stadt. Sondern es ist irgendwie ein alter, überfluteter Tempel oder so. Weißt du? Also rechts rum war nichts mehr, ja? Nee. Kannst du aber gerne nochmal gucken, wenn du willst. Äh, ich... Ich vertraue dir. Was ist hier? Warst du hier schon drin? Nee. Weißt du nicht? Titan. Toll. Hab ich mich extra so behalten. Da ist noch Titan drin. Hä? Eine leere Wasserflasche. Hä? Warte mal. Gleich in der ersten. Hab ich doch gerade genommen? Hä? Hab ich doch auf... Okay, hab ich vielleicht daneben geklickt. Keine Ahnung. So, wie geht's jetzt wieder wieder raus? Ah, hier hoch? Lass mich nicht allein zurück! Nimm mich mit! Nimm mich mit! Juck die Nase, irgendwie. Die Nase. Die Nase. Oh, Titan. Oh, Titan. Und jetzt? Hier lang, ne? Ich glaube ja. Ich meine auch. Hier schon? Ja, dem schon. Boah! Jetzt müssen wir aber eigentlich gleich draußen sein. Hm. Hm. Ich glaube aber auch. Ach, hier. Ja. Ach, hier sind auch noch ein paar Zitronen. Fässer, meine ich. Fässer? Fässer! Ein paar Fässer. So, gehen wir weiter nach rechts, oder? Ja. Oh, ich hab irgendwie... Ein bisschen die Schulter. Tut mir weh. Ähm, die Rechte. Hast du ja gezert. Hm, ich weiß nicht. Ja, irgendwie. Oder verlegen. Ich hab kein sehr gutes Bett. Ich bräuchte mal ein besseres Bett. Weil ich hab ja auch Rücken. Ne? Rücken. Und, ähm, ja. Hoher Fisch. Ach echt? Du auch? Nö. Aber ich wusste ja, dass es bei dir steht. Deswegen hab ich das gesagt. Hä? Was war das? Hast du gegen das Mikro geknallt? Nein, ich doch nicht. Äh. Ich mein, wir sind ja auch oft auf Planeten, wo dann irgendwie auch keine Stadt ist, weißt du? Jetzt schwimmen wir hier um den ganzen, schwimmen durch den ganzen Ozean. Es kann auch sein, dass oben vielleicht Inseln sind, ne? Weiß ich gar nicht. Was meinst du denn? Kann sein. Ne, ist nix. Sind wir jetzt einmal rum? Das kommt mir so bekannt vor, dieses Loch. Ne, wir waren auf... Wir sind da an der... Das war eben auch... Wir sind bei einer Insel runtergegangen. Oder nicht? Also wo... Ach nee, es ging links weiter. Stimmt. Äh... Ich weiß es nicht. Sieht alles gleich aus hier unten. Es ist nur dunkel und nass. Gefällt mir gar nicht. Ah nee, das ist Schlamm, oder? Oh, ne Truhe. Oh. Oh, was hab ich denn da? Warte mal kurz. Komm mal her. Stell dich... Stell dich mal hin. Zieh mal die Hose aus, bitte. Was? Stell dich mal hin und zieh die Hose aus. Ich glaube, ich hab was gefunden, was dir gefallen könnte. Hä? Alter. Ja. Lauf ja nicht. Jetzt haben wir endlich die Gegenstände gefunden, die... dir und mir am besten gefallen. Hä? Mir? Komm. Komm. Ich weiß doch. Schlingkorrelle. Was? Ähm. Also die Truhe da eben, wo das drin war, die haben wir... Also die war neu, glaube ich. Deswegen vermute ich mal, dass wir hier noch nicht waren. Aber das sieht so ähnlich aus wie eben. Aber vielleicht kommt das einfach mehrmals vor. Weißt du? Oh, da ist noch so ein komisches, glupschiges Loch. Nimm ich mit. Was? Komisches, glupschiges Loch. Ja. Mein Loch. Du hast noch eine Truhe. Yay. Glupschloch. Glupschloch. Haben wir hier noch drin? Muschelschild. Na gut. Süß. Ich benutze eh kein Schild, aber... Ich habe gerne viel. Ich bin Materialist. Ich bin Materialist. Ich habe gerne viele Sachen. Und viel Geld. Genau. So ist es. Ach ja. Kann ich hier doppelt Dings machen? Nee, kann ich nicht. Alter. Schon ein bisschen öde. Ja, ein bisschen langsam irgendwie. Ein bisschen breit. Schneeich. Also zwei langweilige Folgen hintereinander. Okay. Quatsch. Ist nicht langweilig. Also hier haben wir auch schon mal gesessen bei so einem Ding. Stimmt. Jetzt müssen wir eigentlich unten rum sein. Meinst du? Ich glaube schon. Vielleicht sollten wir mal auf der Oberfläche gucken. Da ist noch so ein Ding. Hä? Nee, dann waren wir hier noch nicht, oder? Das kam nicht zweimal hintereinander, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Nee, weil... Wir sollten uns vielleicht mal sowas bauen, weißt du? Dass wir da irgendwie... So ein Schiff. Was? Ja, aber diese Schiffe, die können nur an der Oberfläche spenden. Nein, das meine ich doch gar nicht. Was denn? Irgendwas zu markieren, dass wir hier schon mal waren. Ach so, wir können auch einfach ein bisschen von dem Terra... Bisschen Terraforming betreiben. Weiß ich auch nicht. Also bei den anderen Planeten habe ich es immer hingekriegt, das wiederzuerkennen. Aber das ist hier nicht so einfach. Nee. Ach, da ist noch so ein... Furz-Ding. Was? Dödel... Dödelpflanze. Ich nenne die jetzt Dödelpflanze. So eine Dödelpflanze. Schön. Mhm. Ich glaube, jetzt sollte man wieder hochgehen, oder? Du bist ungeduldig. Junger Paravall. Ja, ich weiß nicht, aber... Nee, das war das jetzt hier. Das war's. Na, dann aufwärts. Voll ja gruselig. Ich bin hier, wo das Licht so Disco, 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 Disco-Ozean. Das ist der Disco-Ozean. Oh Gott, ist das gruselig. Hier draußen regnet es. Ach, siehst du? Hier ist alles Ding. Ja? Links. Ich bin an der Oberfläche. Ja, ich auch. Hä? Was ist er denn, ey? Ich habe das Gefühl, die tun mir was. Deswegen schwimme ich lieber unter Wasser. Müssen wir was essen. Kann ich das so? Während ich so... Ich glaube, in dem Planet ist es nichts mehr, ne? Ne, irgendwie. Öde hier. Ja, es ist ja nicht der einzige Ozeanplanet. Müssen wir halt noch einen nehmen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Die Folge ist schon rum. Was? Ja, müssen wir in der nächsten Folge gucken. Ja, brauchen wir einen neuen. Oh, ich bin hier bei Gegnern und ich glaube... Oh, der ist ziemlich stark, der Gegner. Tschö. Pass auf, risky und so. Risky. Oh, ich habe hier... Ich habe ein Dorf gefunden. Was sind das? Wie Leute? Ja. Ne, ist kein Dorf. Ist eine einzelne Person. Ich schlag mal ein bisschen den Gong, dass du mich findest. Den Gong? Ah ja, ich höre was. Aber die sind voll stark, die Flieger. Oh, was hat der denn für coole Sachen? Tag. Klamotten, Klamotten, Klamotten. Ja. Steht mir das? Ich glaube nicht. Pfützen. Pfützenfahrerhose, okay. Ciao. Hä, die machen Sporen und Gift. Arschloch-Tiere. Arschloch-Tiere? Ja, die machen Sporen und Gift. Siehst du nicht, die haben ganz viele Arschlöcher. Ganz viele. Auf dem Rücken. Ganz viele Arschlöcher. Ja, das war glaube ich der, die Insel, oder? Ne, war die das? Ne, kann ja gar nicht. Kann ja gar nicht. Wollen wir nochmal gucken, ob wir noch eine Insel finden? Nochmal ein bisschen an der Oberfläche schwimmen, oder? Ja. Vorsicht, dass sie hier nicht von denen... Ne, ich glaube, die sind... Okay, nein, die sind nicht gut. Die fliegen dir alle nach. Oh, jetzt hier. Oh, 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 fuck you. Oh, nein. Oh, oh, ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Das soll denn nicht passieren? Ey, du... Dir laufen voll viele Viecher hinterher. Ich weiß. Ich hab... Jo. Bleib bloß am Leben. Bleib bloß am Leben. Oh mein Gott, bitte, komm schnell. Ja, ja, ich... Bitte, komm. Das soll das nicht schön... Ich bin schon von sechs Dinger hinter mir her. Alter. Die haben wir gerade alle angelockt. So. Oh, Gott sei Dank. Ich hab aber irgendwas aufgesammelt. Ja, ist wahrscheinlich... Meine, meine Dings bestimmt wieder. Ne, doch. Doch, meine Verbände. Was soll ich denn mit Wasser? Verhandlung, das war doch... Verbände... Oh ja, ach du Scheiße, wie viel Allah. Ja, ich hab ein paar angesammelt. Und ein bisschen Nahrung, aber die kannst du behalten. Verbände wären mir nur wichtig. Danke. Danke. Da liegt noch. Hm? Hinter dir. Ach so. Ja, davon hatte ich aber schon so viele. Das sind bestimmt... Sind das nicht deine, Junge? Nö, ich hab noch welche. Ich hab aber auch echt viele. Aber ich hab auch... Oh, was... Was seid ihr denn für fiese Gegner, ey? Stärk. Die sind echt stark, Mann. Ja. Das ist halt risky, ne? Risky? Risky. Oh nein, nicht die Viecher. Geronimo! Oh, ist das schön, wenn's hell ist. Da geh ich viel lieber schwimmen. Das stimmt. Yay, noch ne Insel. Yay, das sind alles, ähm, Dingens hier. Schon wieder Wasser? Nee, ich glaub, es war's jetzt also. Warte, da ist noch eine. Insel, Insel. Insel, Insel, Insel. Schön. Schön. Ja, der ist grad abgesunken. Ja. Und da lachst du, ja? Ja, da lach ich. Das findest du witzig, ne? Das ist das Arschlochtier mit den ganzen Arschlöchern gewesen. Das ist grad abgesunken. Bleib bloß fern von mir. Ah! Oh, Alter. Ja, irgendwie ist hier keine Action mehr. Nee. Ah! Hau ab! Naja. Ja, okay. Ciao. Okay, dann müssen wir einen Ozeanplanet finden. Einen weiteren. Ja, richtig. Richtig. Ocean Nummer zwei quasi. Ocean, ja, richtig, richtig. Was ist das denn? Kryonisches, kryonisches Extrakt? Ich, ey, ich hab kein Titanerz mehr. Oh, dann geb ich dir, warte. Kein Titanerz. Ich geb dir einfach die Hälfte mal. Wo ist sie denn wieder? Links. In meinem DHL-Lager. Titanerz. So, und hier von dem, da hast du mir, glaub ich, zu viel gegeben. Ähm, davon hab ich so viele. Nimm mal ein paar für dich. Hier. Ja, hier, bitteschön. So. Ähm, ja gut. Dann war das erstmal die Folge. In der nächsten Folge Ocean Nummer zwei. Ocean. Ocean, glaub ich. Äh, wir müssen mal gucken, weil hier gibt's, ähm... Müsst mal noch in einem anderen Sonnen... Okay. Ciao. Vielen Dank.